Millie, guten Tag. Fein. Fiete? Fiete! Winke, winke. Nimm. Es ist heute da. Wirklich? Zum nächsten Mal. Okay. Viel Spaß beim nächsten Mal. Ich bin sehr gespannt. Sieh es. Okay. Thank you so much. Oh, yo. Daniel ist glücklich. Und alle sitzen tiefsberührt. Mord sie ganz besonders. Man hat Tische gesehen, wie die miteinander umgehen. Aber das war für mich in meinem Kostel viel größer. Das ist für mich ein bisschen wie ein Tanz oder ein Leben. Ich bin fast hingegen, dann halt hoch und runter. Ich hab die Ente. Ein mühsames Herz. Ich hab das einfach von der ersten Befüge gespült. Einfach Krimmeln von meinen Füßen, meinen ganzen Körper. Mein Hals. Ich hab so viel spielte Luft, weil alles in diesem Moment zusammengepasst hat. Ich hab das einfach von der ersten Befüge gespült, einfach Krimmeln von meinen Füßen, mein ganzem Körper. Mein Hals. Ich hab so viel spielte Luft, weil alles in diesem Moment zusammengepasst hat. Ich hab so viel spielte Luft, weil alles in diesem Moment zusammengepasst hat. Ich hab das ein bisschen größten Luft, aber alles in diesem Moment zusammengepasst. Ich hab so viel spielte Luft. Ich hab so viel Spiel, aber ich hab das jetzt zusammengepasst. Ich hab so viel zu sprechen. Das ist jetzt noch ein bisschen wie ein Freund. Also wäre der Freundschaft als erstes in dem Moment zusammengepasst? Das ist ja so ein bisschen wie ein Einzelpunkt. Das ist das größte Leben im Buffet. Das ist das größte Leben im Buffet. Das kann man auch so weit schreit sein, dass man das größte Menschen im Buffet. Aber man kann auch hin. Das ist das so an.